Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem kurzen Infovideo für einen weiteren Livestream auf meinem Kanal bei Gaius Julius Cäsar. Und zwar soll es bald wieder einen Europa-Universales 4 Livestream geben mit mittlerweile den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben ja das ganze Projekt mit den 13 Kolonien Anfang des 17. Jahrhunderts begonnen. Mittlerweile sind wir schon gut vorangeschritten und sind glaube ich jetzt im Jahre 1700 angekommen als die Vereinigten Staaten, die die Ostküste kontrollieren. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass ich plane für morgen, den 24. Juli 2018 ab 18.30 Uhr einen weiteren vierten Livestream zu machen. Ich hoffe, ihr erscheint zahlreich, vor allem weil es gegen Abend ist. Mal schauen, wie lange der Stream gehen wird. Morgen, den 24. Juli ab 18.30 Uhr soll der Livestream beginnen und da können wir sicherlich wieder ein wenig interagieren. Ich bin natürlich auch da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendetwas mit mir besprechen wollt. Ansonsten freuen wir uns auf einen schönen Europa-Universales 4 Abend mit den Vereinigten Staaten von Amerika und mit mir, Gaius Julius Cäsar.